Unbeschwert den öffentlichen Nahverkehr betreten und mitfahren. Was für viele gar nicht der Rede wert ist, stellt für andere eine große Hürde dar. Mit der Aktion Mobil im Leben möchte der hannoverische Verkehrsbetrieb Östra Menschen mit eingeschränkter Mobilität nun zur selbstständigen Nutzung ihrer Fahrzeuge verhelfen. Und die können hier an diesem Übungstag ganz in Ruhe üben, wie man in die Bahnen einsteigt, wie man sich hinsetzt, wie man sich festhält, sodass sie das künftig dann auch im Nahverkehr im Tatsächlichen machen können. Der große Vorteil hier beim Übungstag ist, es ist kein Stress da. Die Fahrzeuge stehen da, ich kann 20 Mal ein- und aussteigen, kann das probieren. Geschätzt ein Viertel aller Fahrgäste der Östra sind in ihrer Mobilität eingeschränkt. Egal ob Menschen mit Rollstuhl, Sehbehinderung oder auch ältere Menschen mit Rollator. Das Training kann kostenlos und ohne Anmeldung besucht werden. Als Übungsobjekte dienen die drei Straßenbahntypen, die auch im Alltag in der Region Hannover zu finden sind. Dazu ein Elektrobus der neuesten Generation, der auf Knopfdruck des Fahrers eine elektrische Rampe ausfährt. Für Fragen, Tipps und Tricks stehen geschulte MitarbeiterInnen sowie ein Trainer, der selbst im Rollstuhl sitzt, zur Verfügung. Einer der Trainingsteilnehmer ist der auf einen Rollstuhl angewiesene Frank Seibert. Er fühlt sich jetzt nach dem Training sicherer. Respekt vor Fahrten im Alltag, gerade mit Blick auf volle Bahnen, hat er dennoch. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein Fahrer immer in Begleitung und ich habe vorhin mehrfach bewiesen, dass ich das auch alleine kann. Nun steht da keiner, nun ist die Bahn nicht belegt. Aber es ist eben teilweise so, dass wir verschiedene Situationen hatten, wo ich dann auch mal laut geäußert habe zu meiner Partnerin, das ist der Grund, warum ich nicht alleine fahre. Da war man ständig, wenn man einen Termin hat oder irgendwie immer darauf angewiesen ist, dass einer mitkommt, der dann schon mal einen halben Meter vorgeht und sagt, Achtung, bitte Plätze ein bisschen räumen. Um allen auf Hilfe angewiesenen Fahrgästen dennoch eine möglichst barrierefreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu bieten, sollen laut Östra technische Mittel am Gleis oder in den Fahrzeugen dienen. Dazu gehören die Hochbahnsteige im Stadtbahnnetz. Dazu gehören aber auch zahlreiche Einrichtungen hier in den Fahrzeugen. Zum Beispiel im Bus Türtaster. Der Rollstuhlfahrer kann, ohne dass er aufstehen muss, einen Taster benutzen, um zu signalisieren, ich möchte an der nächsten Haltestelle aussteigen. Hilfsmittel, die den Alltag für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste vereinfachen. Frank Seibert wünscht sich darüber hinaus mehr Aufklärung bei seinen Mitmenschen. Dass man vielleicht auch mal die Leute so ein bisschen reinzieht, um das überhaupt zu verstehen, dass man das mal kommuniziert, dass die Leute diese Problematik vielleicht überhaupt erst mal erkennen. Ein gutes Training und Platz zum Ausprobieren ist wichtig und hilft Betroffenen. Doch auch Fahrgäste ohne eingeschränkte Mobilität sind gefragt. Denn um ein sicheres Fahren im Nahverkehr für alle zu ermöglichen, ist ein Respekt und rücksichtsvoller Umgang unverzichtbar.